moin moin hallo und ein herzliches willkommen bei meiner offiziellen xbox games collections von a bis z wo ich euch in dieser spiele bibliothek spiele vorstelle wie man sie in den ersten 30 minuten erlebt und mittlerweile sind schon über 730 spiele vorhanden aber genug geschwafelt jetzt wollen wir wieder einen titel daraus zeigen und zwar ist es contrast für die xbox es ist im game pass erhalten es ist so eine art rätsel jump run in die game adventure spiel und da schnuppern wir jetzt mal die ersten 30 minuten rein von daher bleibt dran bis gleich so liebe leute da sind wir jetzt wollen contrast spielen xbox one und starten jetzt auch die ersten 30 minuten so ein kleiner ladebildschirm und dann geht's los und direkt im spiel ok was haben wir hier interagieren es ist time für bed dede go hopp in bed i'll be right in to tuck you in good night daddy what are you doing here my mommy's coming you better hide or she's gonna catch you okay sweetie night night what are you looking at i don't think she can see you now promise me you'll be a good girl while i'm out singing i promise no sneaking out this time i'll get in trouble i'll get in trouble i promise that's my good girl mommy is daddy ever coming back i don't know honey maybe someday when he's ready but don't you worry mommy always comes back i'll be home before you even wake up get some nice sleep okay she's gone she's gonna sing at the ghost note tonight it's the most beautiful cabaret come on we'll miss her show hm okay wir reden mit schatten ähm interagieren was haben wir hier zum anzeigen der sammelobjekte mama ich papa und da sonst haben wir nichts okay haben wir hier noch was nein aber ihr könnt springen juhu so ein bisschen umschauen wechsel in die schatten bei einer beleuchteten fläche zum wechseln rt okay okay in den schatten okay zum springen aus dem schatten wow i wish i could do that could you teach me how to do that okay okay now move the astra to where i can jump into it okay haben wir das auch geschafft okay Now we go this way. Follow me! Oh, I think you're too big. I think that goes all the way through to the other street. If I move this car, you could walk up as shadow. Couldn't you? Okay, Schattenspielchen. Ich denke, ich muss dort an die Wand. Und dann einfach hochklettern. Ui! Halt! Ah, und dann im Sprung. Ach, schade. Ah, ich muss... Geht das... Aber geht schnell, okay. Na, alles klar. Genau das wollte ich. So, was haben wir da? Da blinkt doch schon mal was. Ein von zehn Leuchtkugeln gesammelt. Okay. Die unsichtbare Freundin. Da haben wir doch wieder einen Hinweis. Cat Nights Premiere im Ghost Note. Alles klar. Weg. Wir müssen da oben hin. Irgendwie. Ah, okay. Wir müssen da oben hin. Irgendwie. Ah, okay. Wir waren schon fast auf dem richtigen Weg. Also nochmal. Yes. Leuchtkugel gesammelt. So, wo geht's jetzt weiter? Ich muss jetzt... Ähm, wo muss ich denn jetzt hin? Ähm... Ich hab grad die Orientierung verloren. Ähm... Darüber kann ich nicht. Darüber kann ich nicht. Okay. Und was hat mir das gebracht? Der hätte ich auch hinlaufen können. Das sollte doch zu dem Fenster da. Aber ich doch gar nicht verkehrt. So, Pedal, komm her. So, Pedal, komm her. Da muss ich nicht lang. Erstmal checken. Kleiner Check. Kleiner Check. Hm. Nichts einfacher ist das. Dann war halt nur... Das Leuchtding da. So, schön. Ich will ein Tänzer, wenn ich umgekehrt bin. Oder ein Akrobat. Wie dir. Wollte du immer ein Akrobatin sein? Dann geh rein. Komm her, lass uns rein. Du zuerst. Ich komm gleich nach. So, haben wir noch Leuchtkugeln. Hm... Bestimmt Wänden, Seitengassen, glaube ich. Was haben wir hier? Vorsicht. Nix. 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 Mein Junge da mal rein. Alles leer. Schalte die Scheinwerper ein. Okay. Ähm... Müssen wir bestimmt irgendwo nach oben, glaube ich. Was haben wir hier? Oh, ne. Das war ja easy. Und die Scheinwerfer ausrichten. Einmal. Und den anderen auch noch. Oh, was war das? Irgendwas kaputt wieder. Hey, Sparky. Could you do something about that one, too? It's really messing with our rhythm. Reparieren. Okay. Dafür müssen wir nach oben. Versuch's mal mit dem Saxophon, Heini. Hier irgendwas? Was hätte man noch runtergehen können? Haha. Na gut. Ähm... Was ist das? Ein Sammeldobjekt. Nachricht des Jugendamens. Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. Okay. Dann reparieren wir jetzt mal die Funzel. Und ausrichten. Und ausrichten. Na gut. Steig. Na gut. Na gut. Und du hast da meine Freunde. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Belausche Cat Ich denke mal wir müssen durch die Tür Belausche im Auftrag des ZDF Dann meet me after I'm staying at the Excelsior But you think you're just gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk It's gonna be better this time, babe You're gonna see how much better it can be Room 529, kiddo Where is he going? I need to talk to him Von allen Kirschschämmen der Welt Okay Können wir hier noch irgendwas finden? Yeah Was haben wir jetzt gefunden? Check von Johnny Fenris Unkilled Night Nicht gedeckt 250 Dollar So, welche Richtung müssen wir? Ah, es gibt nur eine Haha, dann ist es easy Okay Okay Wir laufen hinterher Und da kommen wir nicht durch Ähm Bleib mal ganz kurz da stehen Kleine Maus Muss mal irgendwas holen Das ist meine gute Frau Mommy Is Daddy ever going to be back? I don't know, honey Maybe someday when he's ready But don't you worry Mommy always comes back I'll be home before you even wake up Get some nice sleep Okay Okay Warte mal Da hab ich doch eine Klitze, klitze, kleine Idee Haha Ne Leuchtkugel einsammeln Da oben ist auch noch eine Da oben ist auch noch eine Ja, ich weiß Ich ähm Guck nur was Da ist das Sagt so von Wie komm ich denn da jetzt hoch Ähm Okay, da geht's wohl durch Come on, Vincenzo It's just some film footage of your act Why can't you let me borrow it just overnight Because it is my new act And it's top secret Which is why my agent has it safely locked in his office upstairs I just want to show it to my investors They want to get to know you better Mr. Fenris I have performed my illusion act For the King of England and the Emperor of Japan There are untouchables in India Who tell stories of the amazing Vincenzo If your investors don't know me They're not in show business You think I can't pay you Look at this suit I'm staying at the Excelsior Hotel I've asked around about you, Mr. Fenris People tell me not to trust you And I've asked around about you, Mr. Amazing You're not as flush as you look You've got a few debts Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus You dare accuse me of Look, I made a beautiful poster Now I just need to borrow your film reel Until I see some earnest money from you I'm damned if I will lend you the time of day Alright, I'll get you a check Cash Cash, don't worry, I'll call you tomorrow It's been such a pleasure meeting with you Thanks for the drink Wie ich schon dachte, ich muss nach oben Okay, was haben wir hier? Da leuchtet doch schon mal was Ähm, Jahrmarkt-Poster Der fantastische Vincenzo Okay Ähm Ah, okay Nichts leichter als das Jetzt sind wir schon mal oben Lassen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas einsammeln können Nein Dann Wo bin ich hier? Dann können wir stiften gehen Ah, okay Ich bin in einem falschen Raum Schattenspielchen komme ich hier nicht rüber? Nein Aber irgendwie muss ich da rüber kommen Wo ist denn das? Oh Das klappt nicht, das seh ich schon so. Was hab ich denn verpasst? Irgendwas muss ich übersehen haben, ich muss doch da rüber kommen. Weil hier geht das nicht und sonst ist da nicht der Gang. Nicht da unten irgendwie. Licht verstellen. Ah, hier. Haha. Dankeschön für den Hinweis. So, dann kommen wir jetzt in den Managerraum. Da ist die Filmrolle. Die Zeitungsantikel. Der fantastische Vincenzo verhüllt seine Geheimnisse in aller Öffentlichkeit. Okay, nehmen wir die Kugel noch mit. Und jetzt müssen wir zum Kino. Ähm... Okay, wo ist das Kino? Live? Ach, zurück ins Kino. Und das ist das Kino? Was leuchtet da denn? Das, was wir vergessen hatten. Zeitungsartikel. Okay. Kerman Bruni zum zweiten Mal von Mordverwürfen freigesprochen. Ähm... Das ist doch nur die Bar. Wo war das Kino denn? Oh... Dankeschön. Jetzt müssen wir den Film zu ihm bekommen. Ich denke, er geht zum Kino, um seine Freunde zu treffen. Herr Fenris. Ich habe geboren für den König des Universums. Es sind Monkeer, die wissen über den fantastischen Vincenzo. Deine Investoren haben nicht gehört über mich. Sie sind schuldig. Hm. Da liegt noch ein Geheimnis, das wir uns holen. Oh. Wie kommen wir da hin? Okay. Was haben wir hier? Nichts. Gut. Dann gehen wir ins Kino. Oh nein! Es gibt keinen Weg, um eine Krone zu kommen! Ich weiß! Wenn wir dieses Spotlight arbeiten könnten, dann könnte ich dich mit ihm tracken. Aber es ist aus der Kraft. Wir brauchen ein paar Luminatoren. Hast du einen? Tja, welch ein Zufall! Ich glaube, ich habe eine. Ich habe doch gedrückt. Ich habe doch gedrückt. Geht doch. So. So. Darüber. Ja. Nichts anders wie vorhin noch. Es ist zu weit. Kannst du mich helfen? Bitte? Das Verbrechen von schwachen Hindernissen. Sollten wir hin. Ey! Oh! Mach so einen Tisch! Okay. Bitte schön! Und hier noch was? Ja. Lassen wir auch noch mit. Was haben wir hier? Wegen eines Betreiberwechsels. Wegen eines Betreiberwechsels haben wir momentan geschlossen. Aber keine Kugel. Schade. Oh. Oh. Es ist lockt. Oh, warte! Ich denke, ich kann einfach... Ich habe dir gesagt, ich werde immer etwas fixieren. Okay. Hier irgendwas? Nein, noch nicht. Hui! Was haben wir jetzt? Danke. Finde einen Weg in das Theater. Okay. Schauen wir uns mal um. Wir haben ein paar Schattenfiguren. Den lassen wir da stehen. Warte mal. Dich wollte ich. Wieso? Was, wenn ich die andrücke? Die muss ungefähr hier stehen. Nimm ihn. Ja. So. Das müsste reichen, wenn ich jetzt nur noch nach oben komme. Halt her. Ah, das ist der Trick. Versuchen wir es mal. So. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. So. Ich weiß nicht, ob ich so springen kann, aber ich probiere es mal. Das war zu weit. Komme ich da wieder hoch? Nein. Noch einmal. Da hoch. Ich will auf den Kopf. Kann ich gleich da rüber? Ah, auch nicht schlecht. Kann man auch gleich das Sammler-Wirk mitnehmen. Entlassungsurkunde Johnny A. Fenris. Vergeben. Schickbetrug. Okay. Hier müssen wir bestimmt vielleicht lang, oder? Nee. Da auch nicht. Äh. Äh. Okay. War das doch die Tür hier? In den Schatten. Hier können wir gerade nichts machen. Wir können hier runter. D.D. Was sind hier? Du musst nicht rauskommen, dass du so late bist. Aber sie hat dich wirklich rauskriegt? Ja. 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 Ich war nicht sehr gut mit ihr, so... Ich glaube, ich hatte es kommen. Ich vermute dich so viel. Ich vermute dich auch, honey. Aber ich werde wieder zurückkommen. Ich werde ein Circus zusammenziehen. See? Es wird alles verbrauchen. Und du wirst du werf? Der Amazing Vincenzo. Wie viel schnappst du hast du schon gemacht? Ja, es wird die fantastische Vincenzo-Vinchen. Er ist gut, huh? Schau, du musst wirklich nicht so weit sein. Ich werde dich nach Hause bringen. Ich bringe dir die Mischung. Shh, 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 aber... Shh, ich habe ein paar Investors hier kommen. Und sie haben nicht so viele Kinder. Ich muss dich nach Hause gehen, okay? Aber ich bringe dir... Deedee, du musst hier rauskommen. Ich werde nicht sagen, Mom, du bist rausgekommen. Okay, gehen. Hey, Carmine, Silvio. Er hat nicht die Mischung, um sie zu zeigen. Sein Name ist Salvio, also warum wir hier sind? Salvio, ja, was habe ich gesagt? Ich habe eine gute Nachricht. Vincenzo ist in. Wir müssen sie zeigen, die Mischung. Du hast ihn? Du bist sicher? Ja, ich bin sicher. Er wird in der Nacht spielen spielen. Wir bringen die Leute in die Welt. Also, das ist das, warum du uns hierher gebracht hast? Du hast uns das gemacht? Ja, ja, aber die Projektor ist geschlossen. Weil wenn du ihn nicht hast, wird dein Zirkus flippen. Und du kannst uns nicht zurückzahlen. Und dann werde ich deine Arme brechen. Und dann werden wir sehen, wie du schwimmen. Schau. Ich brauche nur ein bisschen mehr Geld, um das mit den Chancellor zu finalisieren. Bist du schuldig? Warum spendest du dein Geld auf dem Zirkus? Hör, es wird alles wieder zurück. So, jetzt müssen wir natürlich den Film vorführen. Aber wie es weitergeht und ob es weitergeht und ob wir Daddy retten können, das steht in den Sternen. Denn leider sind die 30 Minuten vorbei. Ich wollte euch ja auch nur einen Einblick geben über dieses Spiel, was es zu bieten hat. Und vielleicht habt ihr ja Appetit drauf bekommen und wollt es selber zocken. Von daher bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und ja, falls nicht, schaut doch rein in die große Xbox Games Collection von A bis Z. Da sind schon über 730 verschiedene Titel. Da ist bestimmt was dabei, worauf du auch Bock hast. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bye, bye. Euer Family Guy. I was built too fast with the whims of weed and I could change the past. I'm all overachieving how I've thrown all the gas. Never stop competing and break my class. Now this life's coming in. I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check, no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain. Assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day. From society's restraints. Money, clout and fame. A disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy. So neurotic and chaotic. I'm still to last with the website. I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas. Never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast. Then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave. Then put your foot on the gas. Don't ever stop competing, man. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be like. I just wanna be like. Vielen Dank.